Hi Leute, Willkommen zurück. Wir zocken heute wieder Lucky Pharao. Am letzten Mal gab es ja viele Daumen hoch für das Video, deswegen denke ich mal machen wir auch damit weiter. Wir starten mal bei einem Euro Einsatz. Mal gucken, wie weit wir kommen. Meine 270 Euro sind drauf. Mal sehen, was wir damit gewinnen werden. Die ersten Runden muss sich der Automat sowieso warm spielen. In jedem Spiel aufs Neue. Zwei Close Bins. Starten wir doch mal damit. Das selbe nochmal von vorne. Ok, aber so jetzt weiter geht's. Das selbe. Örnein. Sehr. Jau rage. JauVerschönen. Ich meine, bei Lucky Pharoah muss man echt manchmal ein bisschen warten, bis was kommt, aber bei welchem Spiel muss man das nicht. Trotzdem spielt man damit lang genug, finde ich. 5 Paus bin es, das geht doch. Mal sehen. Keine so gute Ausbeute bisher. Aus 5 Paus bin es. Oh, ja ok. War klar. Ist einfach nur irgendein Buchstaben nehmen würde und nicht ein gutes Symbol. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unser höchster Gewinn bisher zumindest. 10 Paus bin es. Mal los. Wo es nur um eine Linie geht, bringt er ein besseres Symbol als vorhin. Das scheint unser Glücks-Symbol bisher zu sein. Zumindest halbwegs. Massage Massage Schade, dass er da nicht auch noch die Esmaragde gegeben hat. 6 Powerspins, ok. Langsam scheint der Automat warm zu werden in dem Spiel. Das ist ganz gut. Vielleicht sollte ich ihn auch nicht zu früh loben. Vielleicht erhöhen wir auch gleich einfach mal den Einsatz auf 1,50m zumindest. Ich glaube das machen wir. Wenn wir bei 270m angelangt sind, erhöhen wir einmal den Einsatz. Letzte Drehung auf 1€. Na gut, eine mehr. Dann nehmen wir den 1 Powerspin. Ok, wir sind sogar in der Ausspielung. Und wir sind wieder raus. Naja. So, auf 1,50m. Mal sehen wie es da läuft. 3 Powerspins. Nicht gerade die Welt. 1,50m. 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 Ja, nach wie vor sind es die Kristalle, die uns irgendwie zumindest ab und zu mal einen Gewinn geben. 2 Powerspins. 1,50m. 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 2,50m. 2,50m. 1,50m. 1,50m sind ja noch schlimmer als 1€. Vielleicht müssen wir gleich die doch nochmal auf 2€ aufstellen. Damit einfach ein bisschen was passiert. dein volume. Ja. Fünf paar husbands. Wir sind zumindest noch am Leben. Aber viel mehr sind wir auch nicht. Acht Power Spins. Okay. Krass. Schade, dass es AGs sind. Ach mann. Bei den Power Spins ändert sich nicht so viel, aber wir haben 70 Euro dazu gewonnen. Naja, besser als nichts. Immerhin. Ich hätte trotzdem lieber die Power Spins genommen, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Okay, die Diamanten scheinen unser neuer Freund zu sein. Läuft doch. Besser. Okay. Außer wenn wir vielleicht ein bisschen Höhe stellen, machen wir elf Power Spins draus. Gehen wir volles Risiko. Oha. Ja. Ja. Womit habe ich dann auch gerechnet. Mit so vielen Symbolen, die zu verwandeln waren. War es irgendwie klar, dass du nur ein Buchstabe kommst. Jetzt kommt nicht mal das A, sondern ein... Okay. Krass. Ja. Hätte jetzt mal auf der anderen Seite eben gegeben. Aber jetzt scheint der Automat wirklich warm gelaufen zu sein. 108 Euro. 7 AGs noch. Ja. 15 Power Spins auf 2 Euro. Das ist doch mal was. Übrigens, seid bitte weiterhin genauso aktiv wie ihr schon seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Ich seh, dass der Kanal weiter wächst. Das ist richtig gut. Je mehr Leute wir sind, desto besser. Und wenn ihr Spielewünsche habt oder so, dann schreib das gerne mal unter das Video. Ich versuche das auf jeden Fall zu berücksichtigen. Aktuell spiele ich dann einfach mein Lieblingsspiel, das ist nur mal Lucky Pharao, aber ich kann gerne auch mal demnächst andere Spiele noch spielen. Nehmen wir die AGs. Ne, wir nehmen das Geld, auch wenn er dann über 300 Euro kommt, dann müssen wir halt ein bisschen schneller spielen. Zumindest mal ein paar Runden, wobei das macht auch keinen Spaß beim Zusehen, wenn das so schnell geht. Spielen wir einfach auf 2 Euro weiter. Meinetwegen können wir jetzt auch erstmal unter die 300 gehen, damit er nicht zu viel rüber bucht und dann kann er ruhig wieder ordentlich Gewinne schmeißen. Ok, ein Power Spin immerhin besser als nichts. So, wir sind ja jetzt unter 300 Euro, jetzt darf er ruhig auch die Gewinne wieder schmeißen. ig. Also, schaue ich gerne? Okay, wir haben ganz schön viel Geld schon verspielt dafür, dass jetzt erstmal nichts passiert. Sonst müssen wir bei 200 Euro den Einsatz nochmal feststellen, glaube ich. Ja, ein Power Spin bringt uns nicht sehr viel. Ein aus Kainan. Ein aus Kainan. Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht mehr viele Umdrehungen auf 2€ bis wir was umstellen wollen. Der Automat scheint keine Lust bei 2€ was zu geben. Letzte Drehung. Ok, Turbo buchen schon mal gut. Stellen wir mal auf 1€ zurück. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Gut. 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 Ach, schade. Jetzt lassen uns aber auch die Diamantenkristalle beide hängen, aber jetzt kommen die Kristalle gerade wieder. Immerhin etwas. Ach, Power Spins. specifically," Versp motherboard 4 qz 08 und driloght 6 qz 08, Der letzte Power Spin. Ja, ist okay. 12 Power Spins. Das Glück ist aber irgendwie nicht auf unserer Seite heute bei dem Spiel. Schade, dass er nicht die Rubine gemacht hat. 12 Power Spins mal wieder. Jetzt darf der Automat aber echt mal wieder was geben. 12 Power Spins. Wir spielen jetzt schon fast 20 Minuten und ich meine, wir sind natürlich auch noch nicht pleite, aber... Allzu viel haben wir echt nicht gewonnen in der Zeit. Vielleicht müssen wir doch nochmal den Einsatz gleich höher stellen. Wir wollen doch einen richtig krassen Gewinn im Video schon gerne haben. Er hat ja wenigstens A geben können. Das ist jetzt nicht das Beste, aber ist okay. Manchmal frage ich mich trotzdem, warum er dann immer schon klingelt. 25 Power Spins. Hey, das ist doch mal was über 20. Da bin ich schon richtig glücklich heute. Oh, scheiße. Warum nicht 5? Ich meine, es wären 50 AGs einfach mal auf einer Linie. Das habe ich noch nie gehabt. Das wäre es doch gewesen jetzt noch im Video. 5 Diamanten einfach auf einer Linie. 5ig. 9. 10. 10. Tien. 11. 10. Der Automat will also auf jeden Fall noch nicht aufgeben bisher. Der Automat will also auf jeden Fall noch nicht auf jeden Fall noch nicht auf jeden Fall. Ganz knapp über 300. Ich würde sagen, wir stellen jetzt den Einsatz höher auf 2€. Los geht's! Entweder es kommt jetzt was oder es kommt nichts. Wir probieren das bis 250 und dann probiere ich glaube ich erstmal ein anderes Spiel gleich nochmal aus. Das aber dann in einem anderen Video. Ich glaube sonst wird das alles zu lang. Also abonniert bitte gerne den Kanal. Den Gewinn gucken wir uns natürlich trotzdem noch an. Nicht schlecht. 10 Power Spins. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, power spins. Kommt schon noch zwei Power Spins. Also wir leben noch weiter. Wir sind nicht am Ende unserer Power Spins. Kommen wir noch über die 100 Euro. Gerade so 13 Power Spins. Machen wir die Kristalle mal wieder. Schade, es ist doch nicht vieles Marock, der da macht. Schade, es ist doch nicht vieles Marock. Video 100, nicht schlecht. 15 Power Spins diesmal. Und wir sind schon bei 25 Minuten im Video. Ich hoffe ihr seid noch dabei. Aber bei der Spannung will man ja jetzt nicht aufhören, wenn man 13 Power Spins vor sich hat. Es kann ja noch was ganz krasses kommen, mal sehen. Also auf das Krasse warte ich jetzt auch noch, mal sehen. Es muss doch nochmal was kommen eigentlich. Ich meine wir sammeln so auch unser Geld gerade schon wieder zusammen für die Power Spins, aber es war jetzt nicht ein heftiger Gewinn dabei. Diesmal zumindest. Wieder über 100 Euro. 16 Power Spins. 16 Power Spins. 16 Power Spins. 16 Power Spins. Die 4 Power Spins noch kommen schon. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und der letzte. Schade. Na gut, ich denke mal das reicht fürs Erste. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, nichts weiteres, dann aktiviert gerne die Glocke. Ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber da kommen noch mal 7 Power Spins. Das hört nicht auf. Der Automat will scheinbar nicht, dass wir aufhören. Okay, das ist eine ganz schwache Runde. Ein Zeichen glaube ich zu gehen, wenn jetzt nicht noch etwas kommt. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns dann. Ein Power Spin noch. Okay. Meinetwegen. So. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.